In Ungarn stehen die Parlamentswahlen vor der Tür. Der ebenso mächtige wie umstrittene Regierungschef Viktor Orban stimmt seine Anhänger mit viel Pathos auf die Abstimmung ein. Die Geschichte wird daran erinnern, dass sich die ungarische Nation vom ach so gütigen Weltwährungsfonds befreit hat. Gegen die Welt haben wir unsere eigene Verfassung errichtet, sind zu unseren christlichen Wurzeln zurückgekehrt und haben die Nation wieder vereint. Der rechtskonservative Populist sieht Ungarn umgeben von Feinden. Hierzu zählt er vor allem internationale Institutionen und ausländische Banken und Konzerne. Die Unternehmen haben es nicht leicht. Entgegen aller Wirtschaftstheorien hat sich die Regierung früh gegen Banken und multinationale Firmen positioniert. Anstatt die Menschen zu besteuern, müssen Banken und Unternehmen brutal viele Steuern zahlen. Das ist die Säule unseres Wirtschaftswunders. Tatsächlich ist die Wirtschaft des Landes erstmals wieder leicht gewachsen. Dennoch grassieren Armut und Arbeitslosigkeit. Die Mehrwertsteuer ist mit 27 Prozent so hoch wie nirgends sonst in Europa. Geld für sozialstaatliche Leistung ist dennoch knapp. Viktor Orban hat die Rechte der Opposition stark beschnitten und es gibt auch keinen Dialog mit ihr. Er hat auch die Macht des Verfassungsgerichts und der Gerichte eingeschränkt. Die Unabhängigkeit der Zentralbank ist aufgehoben, weil er die Posten mit seinen eigenen Leuten besetzt hat. Viktor Orbans Gegner nennen ihn Viktator. Doch weder die Kritik der Opposition noch Mahnungen der EU sind dem Regierungschef bislang gefährlich geworden. Bei der anstehenden Wahl könnte er seine Zweidrittelmehrheit im Parlament sogar verteidigen.